ja und damit herzlich willkommen zurück zu hanshowdown mit dabei sind natürlich heute ne warte mal heute sind ragun und ralle dabei mensch hallo schön dass er eingeschaltet hat diese konstellation gab es ja auch so noch nie krass mensch hallo so dann können wir ja genau hier ist schon angekündigt immer alles alles ich finde wir sollten einfach den bus dass uns aber erstmal kurz noch mal das ding und kohle bekommen er ist aber auch ein pop ist das ding hier latscht einfach alles um die bühne sind ja eben hier ist sowieso schon alles aktiv richtig sagt immer hier also aktive so ein paar sachen hier verteilen na komm da baut doch dinge auf so echt ich schmeiß nochmal drunter äh Achtung Nummer 2 pass auf ich schmeiß mal kurz Feuer darunter ja ich sehe schon ich kann hier nirgendwo mehr langlaufen weil hier immer halb Feuer ist ja wo ist deine Brasse äh äh ok hier ist versperrt ja genau überlegen mag glaube ich doch mal trotzdem ein ding werden willst ja da aufbrechen ok der ist noch hier Achtung Haben wir überhaupt einen Ausgang hier? Ich kann nur Heaten die Schiebetür zur Nutzung machen, ich hab noch Stacheldraht zum Werfenroll. Ja, ich hab da nur eine äh... Ach ne, die von oben meinten. Da sind nur noch Bärenfallen sind gerade. Bärenfallen hab ich auch mal das gar hin gepoppt schon. Hey, so noch hier? Ja? 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 Ja, da ist auch der Kiff. ihr könnt anfangen weil die kommen die kommt von 75 sind sie sind fast da kommt von 75 einer schon rüber gespeakten sohn Kannst du unten im Wasser binden? Ja. Da können wir noch Staffeln raten. Das Ding ist überall aus der weißen Hütte. Schießen wir auf dich oder auf andere? Auf uns, auf mich. Hat ein Hüt bekommen, ist am Bluten. Ja, ich bin unten sehe ich nix gerade. Nee, bin auch nicht hier. Erst gehört? Ja. Oh, der ist ja eingefallen. Hä, seit wann ist das denn? Was ist denn? Weiße Hütte gegenüber. Ja, normalerweise könntest du hier rechts mal raus gucken. Oder hier aus einem Loch. Ja, eigentlich schon. Was ist denn? Mit der Tür? Auf das Geträn, das ist ein Zufall. Komm! 2 Strom 3 2 1 4 2 1 2 4 1 die sind fast alle rechts die sind rund um damit sind auch zwei teams glaube ich oder oder sagen wenn ihr keiner schossen habt dann sind da zwei teams ist nicht wo ich habe eine weiße hüte nervt mich noch mal irgendwie moment ist unten im wasser drin auf 150 ich sehe jetzt nur welche auf 135 120 direkt hier hinter der wand quasi die werfen wir ich weiß muss man mit schwarzen mantel sein und rausgehen er war auf 105 kann sein natürlich dass er durch die mauer guckt durch die wand müsste hier vorne irgendwo sein ja dann habe ich den schluss aber abbekommen das problem ist das andere team halt die wandel ich glaube die waren zu weit weg dass ich den nicht sehen konnte also ich habe jetzt auch ich habe mich gerade mal umgeguckt ich habe nur noch den gesehen ja deswegen auch gewundert oder ist schon tot komplett die haben zwei jahre sterben hören ja deswegen soll ich noch einmal gucken und ansonsten sollen wir den mal ich würde sagen wir gehen den puls und wenn er genau ist wo der ist ich habe nur drei sekunden also erst von mir ausgesehen 90 wie weit ungefähr hinterm zaun weiter hinterm jahren muss ich muss umgerechnet gegen die wand gucken der muss ja die hinterm zaun sein wir gehen einfach zu zweit jetzt mir hier so ein bisschen raus der sagt ja wir gehen schon naja ich bin hier hinterm zaun ja ja ich kann ich habe mich gesehen sparks ich habe den gerade echt nicht gesehen ich habe einfach den helder kassiert ja der war ziemlich fix ja ich stand auch ziemlich still muss ich stehen aber war ja okay dann habt ihr den ja jetzt also hier liegt noch jemand hier drin noch Weiß halt nicht, wo die anderen sonst alle sind. Also hier haben wir noch. Da in die Richtung auch gestorben, glaube ich. Ich wollte gerade in der Fackel loswerfen. Aua. Aber wenn man ein Stacheldraht hat das Wasser eigentlich ganz gut betroffen, so ne? Dafür, dass ich blind geworfen habe. Ja, überhaupt. Das ist genau die Stelle, wo man da runter ist. Ich würde sagen, so in Richtung Norden, irgendwo so die Ecke eher, vielleicht durch das Loch oder am Zaun liegen die oder so, zumindest vom, wo der Pfeil vorhin war, hier irgendwo, aber vielleicht auch schon oben im Haus, keine Ahnung. Da habe ich kein Hochrennen gesehen im Haus. Hier draußen. Ja, gut, siehst du, die Richtung. Mindestens einmal looten. Gibt's hier noch? Äh, ich... Man kann auch von hier nochmal eben kurz gucken, aber... Okay, ich guck nochmal. Keinen gesehen. Okay. Ich hab da noch wieder vier Sekunden jetzt. Was sonst? Keine Ahnung. Wir lassen uns erstmal zur Kutsche rüber. Ja. Doch noch Richtung anderen Boss gehen. Ja. Also auch wenn ich angeschlagen bin, aber... Ja, dann macht man den anderen Boss eben noch, dann... Wollte er wieder drin sein. Ach, hier. Ah. Okay. Ach, dann haben die sich gegenseitig erschossen. Kann auch sein. Mhm. Ich glaube, das war... Aber das sind ja auch... Vier haben wir jetzt, ne? Waren das zwei Zweierteams dann? Oder irgendwo... Also ich geh davon aus, dass ein Dreierteam und ein Einer vielleicht... Ach so. Ja, das kann natürlich. Das stimmt. Aber warum ich nicht die Raben nicht aufschreibe? Ja. Oh mein Gott. Ja, gucken. Stillwater irgendwie sowas Catfish. Ja. Dann kann man aus Stillwater gehen. Oder willst du noch in den Süden laufen? Mhm. Nee. Weil wenn Catfish... Dann musst du sowas mal nach oben. Aber von Stillwater kann sein, dass Catfish ausgegraut ist. Und dann müssen wir wieder... Haben wir einen weiteren Weg sonst. Hm. Oh, ist ja der jetzt zwei Catfish. Aber sehen wir ja dann. Ja, ist das halt nur die Frage. Das war doch gut, ne? Die haben nicht mit einem anderen was gemacht in der Zeit. Für das Hass braucht man nicht. Aber, äh... Ach ne, was will der denn jetzt hier? Kann er ja nicht gleich aus Jux und Dollerei mal einmal umgucken. Aber... Aber nur wenn er richtig crazy bist. Ja. Das ist ja richtig verrückt. Ja, krass. Können wir uns vorstellen, dass die schon den anderen Boss haben und einfach da warten. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ja. Ja. Also im Moment ist Kier. Hm. Na gut, aber wie oft hatten wir das schon, ne? Haben wir uns gedacht, ja, ja, ist keiner mehr. Ja. Ja gut, das kommt auch vor. Ja, wobei häufiger war dann wirklich keiner mehr. Also bei mir zumindest so. Ja. Aber ja, gibt's halt auch. Klar. Häufiger ist wirklich so, dass dann keiner mehr da ist. Na mal gucken. Oh. Was war das denn? Da ist irgendwas hochgegangen, würde ich sagen. Ja, aber wo? Warte mal. Richtung Süden war das eher. Ja, hätt ich auch gedacht. Ja, so Slaughterhaus oder so. Also entweder ist der Fisch dann, äh, der Fisch dann beim Cat Boss. Ja. Der Fisch beim Cat. Der Fisch beim Cat Boss. Ja. Aber. Oder, äh, die sind einfach nicht. Ja. 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 Oder. Das kann aber auch sein. Das ist aber jetzt nur so unwahrscheinlich. Ähm. Dass da doch einer gelebt hat und die aufgehoben hat. Nee, das nicht. Aber dass ein Zombie einfach das Fass ausgelöst hat. Vielleicht hat er da irgendwo andere Falle an dem Fass platziert. Ein Zombie ist jetzt durchgelaufen und ist heute noch hochgegangen. Ja. Aber. Ja, gut. Ja. Welche Faktoren gibt's auch noch deswegen? Stimmt. Ja, theoretisch. Ja. Dann rechne ich doch jetzt erstmal mit Gegnern. Kann auch sein, ja. Aber deswegen, weil das ja unten halt ist, wo ausgegraut ist und dann schon so lange. Ja, eben. Warte, ich kann doch mal gucken. Ihr braucht nicht gucken. Ja. Ja. Na klar. Oh. 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 Also doch Cat Fisch. Doch Cat Fisch, ja. Okay. Da wollte ich doch nicht hin. Nee, da hab ich auch keinen Nerv drauf. Da hab ich jetzt auch keine Nerv dafür. Ich hab halt das Schotty und die. Äh. Ja. Nicht mehr Doppelhalf. Jetzt brauchst du ja Heilung, ne? Äh. Ja. Hab ich auch noch. Ich hab auch zwei Gesundheitsspritzen dabei. Okay. Muss ja irgendwas püllen. Hm. Ja gut, das stimmt. Am Anfang hast du ja noch nix. Nö. Am Anfang hast du ja noch nicht die große Auswahl, denn du nimmst aber zwei Gesundheitsspritzen mit, wo man sich denkt, boah, das ist gar keine schlechte Idee mit dir. Ja. Ich guck mal eben. Ja, die Wände noch da drin sollen. Jo, drei Leute sind zwei ein bisschen weiter rechts, einer weiter links. Also 165 und 120. Zwei auch außerhalb gewesen sollen. Ja, also der eine weiter links glaube ich ist außerhalb auf jeden Fall. Okay. Ist eher da hinten an der weißen Hütte würde ich fast sagen oder so. Jo. Oder noch weiter links. Genau. Der stand da gerade offen. Scheiße. Ich hab auch nix für die Entfernung. Ne, ich auch nicht. Ich hab nen Endgun, aber ich sehe den nicht. Ich sehe den auch noch nicht, aber ich will jetzt hier auch gar nicht über das Wasser entstehen. Ja, da sind Bäume noch dazwischen. Ob ich seh den irgendwie. Ja. Ja. Da wo ich grad lang bin. Aber ich seh den da nicht. Er ist weit weg. Ja. Im Schuss verkrümmelt er sich auch sofort wieder. Gut, dann mach ich auch mal. Die anderen sind hier vorne. Also entweder in nem weißem, in ner weißen Hütte oder in nem roten. Aber ziemlich, ne im roten wahrscheinlich, aber weit vorne. Graben jetzt runter zu links. Graben auf 135. Ja. Oder hauen die ab? Nein, können ja nicht. Ich glaub der rennt zu denen hin jetzt. Ja. Die sind alle zusammen auf 135, aber kleiner geworden. Kleiner? Nicht mehr drin? Nee, die sind alle da hinten irgendwo. Weiter nach hinten. Werfen was? Oh, die werfen was? Die könnte gut kommen. Die werfen gut kommen. Die werfen gut kommen. Guck mal eben. Wär interessant, ob hier einer drin wär. Ja, die sind hier drin. Einer ist auch... Hast du den Shot, den Shot? Ja. Können wir Tor auch? Ich hab den Eingang zugemacht. Ja? Der läuft auf dem Dach. Der läuft auf dem Metall. Komm auf dem Dach. Weg, 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 weg. Ja, ja. Das ist komplett oben. Aber einer war auch nur unten. Klar. Scheiße. Jetzt erwischt der noch Quatsch. Ich bin runtergefallen. Ich bin jetzt runtergesprungen. Im Händen, glaube ich. Einer ist tot. Hat einen ordentlichen Shot abbekommen. Hinten an der Tür. 45, 60. Ja. Gerne. Direkt dahinter. Ist tot. Jo. Ich glaube, dass du da zu reingehst. Hinten, rechts, rechts, rechts. Hinten, weit auf 90. Draußen, draußen, draußen ist er. Schmeiß vor Zeit. Huch. Kettisch. Geradeaus ruhig war er gerade. Ich glaube jetzt nach rechts weg. Hinten. Der haut dahinten ab. Wieder haut er ab. Hinterher. Hinter dem Zauner. Da war schon da. Ja. Links runter, glaube ich. Vor uns. Direkt hinter. Ja. Hat einen Hit? Der hat keinen Hit. Hat einen Hit jetzt. Treibt den nicht. Ich habe nichts zum Durcherfahre zu werfen. Achtung, Shrek. Vor mir. Der hat mich gemessert, glaube ich. Ja, er hat mich gemessert. Ich war einfach noch mehr. Hä? Kommt jetzt von hinter euch wieder theoretisch. Unten, unterm Haus. Unterm Haus? Ja. So, macht er wieder gut, ey. Soll. Hä? Unter dem Haus. Hinten weiter weg auf 150. Kann mich einer holen vielleicht vorher einfach? Ja, ja. Ja, mach. Wer denn jetzt? Ja. Der hinten. Marcel, willst du dir nicht einen Bounty holen? Ich habe einen Bounty. Achso, weil der eins ist noch über. Ja, ja. Ich kann ja nur eins holen. Kannst du nicht mal? Jetzt ist der Erd, aber der macht ja nichts. Hab ihn. Sehr gut. Schön. Ich will mein Leben wieder haben. Warum haben die gebaddled? Mega nice. Ich lasse mich heute nur töten, damit ihr die dann holen könnt und nichts wurde sehen. Genau. So ist er. Na klar, kommt ja nicht genug. Boah. Boah. Ja, warte. Marcel, dann sag ich nicht. Weil... Hier liegt noch einer zum Guten. Äh, ja. Hier ist noch einer. Ein Gott, der als andere lebt. Ja. Der ist vom Dach runtergesprungen, oder? Ja. Achso. Aber wie ist der Erste denn gestorben? Durch'n Fass gelaufen. Die haben irgendwo Fässer präpariert und da ist er durchgelaufen. Achso. Also hier liegt er noch. Ja, hier drinnen ist eigentlich noch einer. Ja, aber draußen, damit ihr schon mal wisst. Ja, ok. Ich werde hier einfach stehen. Der eine ist irgendwo durch'n Fass gelaufen. Weil der Dinger pfee. Weil der Dinger pfee. Weil der Dinger pfee. Der hat halt in dem Moment auch pfee gemacht. Und das war hier draußen, hier. Ja, aber das war's aber du. Du bist ja in der... Hier ist er doch voll. Achso, ne, das war danach. Ja, nein, das war hier. Hier ist auch hier noch die Falle gewesen. Einer von euch ist ja hier durch die Falle auch gerannt. Na gut, aber die Fallen haben sich da selber gelegt, ne? Ja, ja, klar. Da waren schön die Feuer. Ja, ja, deswegen leg ich ja keine Fallen, weil ich da auch immer selbst reinrenne. Ach, die Angewohner hat er ja auch. Aber das werden wir jetzt weggelegt. Ja, aber das... Ah, hier liegt noch jemand, ne? Wer looten will, einer? Ja, den hab ich gelootet. Ja, mach ruhig. Ja, mach ruhig. Ich hab doch. Ne, ich hab doch die anderen alles schon gelootet vom Anfang. Deswegen... So, ja. Das ist doch überall. Sekundenmäßig ist das jetzt auch egal. Äh, dann... Lass uns da oben raus. Sparchi. Was für ein Ding? Das Ding heißt Sparchi. Sparchi. Ja, ist von Archie, ist Streamer. Ah. Aha. Okay. Den Handstreamer, das ist seine quasi... Seine Waffe. Archie TV, glaub ich. Oder so, keine Ahnung. Ja gut, dann passt der Name ja so. Ja, der ist auch krank. Also, der ist wirklich krank. Der ist wirklich krank. Der hat ne Kältung. Ja. Also... No Scoop, blind und alles. Äh, blind und Leute. Ist egal. Aber der hat auch, glaub ich, wahrscheinlich hat schon 10.000 Stunden Hand oder so. Können ich wetten. Okay, krass. Nein, also... Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber... Oh, zu viele. Und deswegen hat er dann dann, äh... Was war das? Das Sparks Sniper oder so geschickt bekommen? Ja, Sigismund hat ja auch ne eigene Automat. Auch ein eigenes Ding. Ja, das hab ich auch mal mitgekriegt. Oh, ich weiß, äh... Die Wolfsmaul, glaub ich, heißt die von Sigismund. Das Wolfsmaul oder so. Oh, das könnte sein. Ja, ich mach der auch mal. Ja, oh. Und die, ähm... Die ich so schön find, die Uppercut... Die... Oh, wie heißen die nochmal? So eine Silberne. Ist auch von irgendeinem Springer. Ach, die, ja, die hab ich aber glaub ich auch. Ich weiß aber... Heißt nicht... Heißt nicht Silberhent oder hört, oder? Äh... Ich glaub nicht. Ich mein zumindest. Vielleicht vertue ich mich auch, weil... Bei den Uppercuts ja... Du musst ja nochmal gucken. Aber ich... Ne, doch... Chemicide Moon. Genau, Chemicide Moon heißt die... Stimmt, Moon. Wahrscheinlich heißt der Streamer dann Chemicide... Ne, ich hab keine Ahnung. Aber... Ah, vorhin lag auch irgendwo einer rum, die sich so... Ja, das find ich also meine... Also, find ich halt schön. Den Skin, ähm... Die Uppercut. Aber das mein ich auch nicht, Streamer. Aber ich weiß nur jetzt... Da lad ich... Wahrscheinlich... Das ist ja... Irgendwann nicht so. Ich hab schon mal so... So ein paar... Ein paar Waffen bekommen, ne? Ja. Ich wusste nur zwei Stücke oder so. Hm. Ja. Ja. Bis auf den einen... Habt ihr jetzt alle gemacht. Obwohl, ne, der eine hat sich auch selbst gemacht wieder. Also, ne. Ja. Ja, das lief echt gut. Das stimmt. Ja, also... Ich war zumindest ein gutes Teamplay so. Ich mein, ich bin zwar zweimal down gegangen, war jetzt für mich nicht so gut. Aber ich meine... Und wenn man zu dritt bruschen geht, muss man auch damit rechnen, dass einer kommt. Oha. Das sah noch Schmerzen aus. Das stimmt. Ja. Ach, verdammt. Jetzt hab ich sehr gerne weggelegt. Wie viel hatten wir denn jetzt? Vier. Viele. Vier hatten wir. Ja, ich hab grad ein paar doppelt. Doch wirklich. Toll. Ah, auch ne... Schon länger eine Runde. Ja. Zwei und eine unterstützte. Schauen. Stimmt. Ja, war ne gute Runde. Auf jeden Fall. Falls es euch genauso gefallen haben sollte, dann lass gerne ein Like da. Schaltet mal nix mit so einen Showroom wieder ein. Und damit ihr nichts verpasst, gar natürlich das Abo-Glückchen nicht vergesse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ich hab vergessen, dass wir aufnehmen. Tschüss. Kein Problem. Kein Problem. Tschüss. 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 Hui.